Starker Vertrieb, leistungsfähige Logistik, innovative Ideen und Präsenz in der Region sind die Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. So verstehen wir Kundennähe. Der faire Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern verbunden mit Ehrlichkeit und Verantwortung steht für uns an oberster Stelle. Vom klassischen Heizölhändler haben wir uns zu einem echten Energiedienstleister entwickelt. Wir betreuen unsere Kunden rundum, egal ob privat oder gewerblich. Vertrauen Sie auf 145 Jahre Erfahrung.